Hallo, heute ist der 8. Dezember, das heißt ich kann in die 8. Tasche dieses selbstgemachten Adventkalenders schauen. Da ist was Süßes drin. Dieser selbstgemachte Adventkalender hat 24 Taschen, das heißt vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember, also Heiligabend, hat man jeden Tag eine Kleinigkeit auszupacken. In Supermärkten heutzutage kann man oft Adventkalender mit Schokolade kaufen. Wenn man einen Adventkalender unmaterialistisch machen will, kann man auch einfach Sprüche oder Rätsel oder so etwas in der Art in die Taschen reintun.